Ich hab irgendwo ein bisschen Essen und ich glaub, ich geh gleich drauf. Okay, dann... Oh, Tom, du bist schön gepunktet. Ja, ich weiß. Dann geh ich mal zu Lorenz schrecklichem Haus und hol mir mein Schwert. Ah, warte, was hieß denn? Ich hol mein DIA-Schwert. Das hab ich nicht. Ich hab selber mein... Ich kann dir noch ein... Hallo, ich hab zwei. Ich kann dir eins geben, wenn du willst. Und nein, das ist nicht geklaut von dir, sondern ich hab wirklich zwei. Ich hab noch eine Kettenhaube. Hier, Lukas, 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 du läufst an mir vorbei. Gordon, Gordon, Diamann-Spitzhacke, Diamann-Spitzhacke. Wie Diamann-Spitzhacke? Wie Diamann-Spitzhacke? Du müsstest du aufgesammelt haben. Ich hab meine Eisenspitzhacke dabei, ja? Und ich hatte noch einen Bogen und Pfeile. Toll. Das hatte ich auch. Ich hatte ja auch nur Effizienz, ich hab einen Bogen, aber keine Pfeile. Wow, 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 Creeper. Entschuldigung, ich hab dir grad auswesehen, mit einem Schwert mitgegeben. Mein Pferd hat nur noch zweier und ein halbes. Ja, dann heil das mal. Ja, wie? Ja, Essen, Weizen, keine Ahnung, oder Äpfel. Weizen geht? Ach, keine Ahnung, guck im Wiki nach. Lukas, Lukas, Lukas. Lukas, Lukas, Lukas. Wollen wir jetzt los? Ja, was wollt ich machen? Aber wir gehen bis in den Main, weil wir echt wenig Ressourcen haben, so Eisen und so. Wo bist du denn, Lukas? Weil, hier. Ah. Okay, und wo ist jetzt der Eingang zu der Mine? Hast du schon einen, oder sollen wir unsere Mine nehmen, die wir selbst gebaut haben? Nee, wir laufen irgendwo hin und suchen eine Höhle. Ah, das ist doch langweilig. Das soll in unsere Mine gehen und dann so lange buddeln, bis wir eine Höhle gefunden haben. Okay. Das haben wir dir ganz umsonst gebuddelt. Ah, ah, ah. Ah, schön, endlich mal ruhig, ich kann ja ein bisschen lauter machen. Ah, was hab ich mit der Maus- und Fündigkeit gemacht? Ah, jetzt ist auch krass, aber egal. Was denn? Was ist? Ich wollte mir ein bisschen ja umgucken, was du so bis jetzt noch gemacht hast. Lukas, bist du noch im Game Mode? Lukas? Lukas? Leute, hört ihr mich noch? Leute, hört ihr mich noch? Hallo? Och nee, auch bitte nicht. Okay, dann können wir keine Zubis mehr. Tja, Leute. Da hab ich wohl die Verbindung in TeamSpeak verloren. Links steht gerade, dass der Host versucht, eine neue Verbindung aufzubauen. Also würde ich sagen, mach ich hier mal ganz kurz einen Cut und meld mich gleich wieder, wenn alles in Ordnung ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kleiner Timeout, keine Ahnung was. Lukas ist mittlerweile hier unten und es ist alles hier in Ordnung. Ja, ich hab hier drei reingebaut und dann waren hier drei Diamanten. X-Ray Spasti. Nein. Okay, ähm, gut, Lukas, dann werden wir uns in dieser Richtung, wir sind ja auf Höhe 7, also Diamantenhöhe, werden wir uns also reinbauen, um mögliche Höhen zu finden, ne? Ja, aber wär's mit besser, wenn du in anderen... Was machst du, Tom? Ich suche, ne, ne, ich baue ja parallel zu dir mit zwei Blöcken Abstand, so haben wir die... Diamanten, 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 Diamanten. Eins, zwei, drei. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Mal, du bist... Wir teilen aber durch zwei, ne? Ich hab keinen Sattel dabei. Ich hatte auch mal drei Sattel. Ja, äh, Loren, ne, irgendeiner hat doch eben... Lukas, Lukas, ganz kurz. Gordon hatte doch einen Sattel aufgesammelt eben. Lukas, wir teilen nur nicht zwei am Schluss, ne? Ja, gut. Gordon, wo hast du deinen Sattel hingemacht, den du aufgesammelt hast? Den hat er für sein Pferd verbraucht. Ich hab ein Pferd gefunden und hab das Pferd dann draufgepackt. Okay, schade, ich bin zwar gar nicht gestorben, aber er hätte trotzdem. Ne, du kannst gerne ausmalen, wenn ich dir den schulde, wenn ich dir den abgezogen hab, tut's mal, dann kannst du dir gerne Ressourcen aus meinem Lagerhaus nehmen und dir einen neuen basteln. Ja, wie kann man den... die kann man doch gar nicht basteln. Kann man nicht basteln. Echt nicht? Kann man den neuen Dungeons finden? Ich hab noch zwei. Cool. Ich laufe mal zu dir hinter. Ja. Ich wusste nicht, dass man den neuen Dungeons finden kann. Erstmal einer macht's auf, einer direkt wieder zu. Ich hab aufgemacht. Ne, ich hab aufgemacht. Ich hab aufgemacht. Ach, egal. Loi, fall bei genau durch den Flop. Machen wir nach und auf Dead Island? Müssen wir gucken. Hm, 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 hm. Ja, Turm. Weiß, wenn du gehst, müssen wir machen, außerdem hab ich Bock. Hier, Gordon, falls wir das nächste Mal DayZ aufnehmen sollten, dann, äh, ja, genau, das auch. Und, äh, vielleicht wär das ja so eine Idee halt, äh, auf dieser kleinen Map dann so zwei oder alle gegen alle zu machen. Ja, und das können wir dann als Special machen, mal. Ja, können wir auch Abonnenten zu einladen. Das ist das, äh. Das hast du uns gesehen? Ja, hab ich. Ach, Tom, Tom, Tom. Ja, hab ich. Ähm, wenn die Folge rauskommt, sollten wir die Zahl schon erreicht haben. Wenn nicht, ist es traurig. Sag doch mal, was wir uns überlegt haben für das 200 Abonnenten-Special. Für das 200 Abonnenten-Special, ähm, die Folge wird am 6. rauskommen, da müssten wir seine Schwungenschaft haben. Dann vier Tage. Ähm, für das 200... Da läuft die weinen, das Pferd draußen rum. Das ist ungezähnt. Das ist dann das, was der, Lukas sich, äh, äh, von Tom von, äh, Lukas, genau. Der hat sich das geschätet, der Schwäste. Ja, weil, äh, weil Lorenz meint kaputt gemacht hat. Und du mich eingreifst doch mal. Ich hab, ich hatte mit meinem Schwert, als ob ich dich da töte. Ja, das kann man doch in diesem, in diesem, in diesem Feuergefecht ja nicht sehen. So, egal, Tom, hau raus, was das Abonnenten-Special ist. Äh, wir haben uns überlegt, einen, äh, Server zu suchen. Und da, dann so eine Art Community-Server zu machen. Genau, also du musst jetzt sagen... Da haben wir in letzter Zeit ziemlich oft von einigen von euch angefragt worden, wegen der, diejenigen, was... Jemanden! Hä, du hast doch gesagt, du hast zwei, äh, zwei... Achso, das andere Lagerhaus, scheiße. Der muss das halt so erzählen, dass... Äh, hab ich nicht gehört. Was denn? Hab genießt. Ja, haben wir nicht. Ja, ein bisschen. Scheiße, zu spät gemutet. Ähm, also du musst das halt so sagen, dass wir halt nicht einen eigenen Server haben, sondern das ist ein Server von einem Owner. Der stellt uns den netterweise zur Verfügung, indem wir halt Werbung für den, oh Gott, Werbung für ihn machen. Aber das ist halt, ähm, dann halt so eine Partnerschaft quasi. Wir machen Werbung und, ähm, wir sind dafür Admins und haben dann auch ganz viele Rechte auf den Server und bla. Und, ähm... Ja, warte uns schon Let's Plays an. Genau, und wir sind dann... Darf man ihn da nicht beleidigen? Ach doch, der kann ruhig wissen, dass er hier nur so Spastien ist. Ich hab, ich hab ja selbst privat noch nicht mit ihm geredet, das war alles Tom. Aha, und rat mal, wer da schon mittlerweile OP hat und Nitrado-Zucker, äh, Web-Interface. Ja, genau, der Lukas. Ähm, ja, schön. Äh, gut, Lukas. Ah, ich hab, ich, ich seh ne Kiste. Du hast nur einen Leder, äh, einen Sattel da drin gehabt. Äh, bist du draußen? Äh, nein, ich bin hinter dir und... Achso. Ja, bist du draußen bei der Kiste? Welche Kiste? Nein, ich hab gesagt, ich bin bei der Kiste. Ja, da hat immer einer drin. Ja, ich weiß, wo. Ähm, soll ich... Dann hast du drei Sattel. Lukas, möchtest du zu mir kommen, weil hier sind echt viele Rohstoffe. Justin, du hast die anderen zwei gesnackt. Ich hab nur eins. Ich hab keine zwei gesnackt. Du hast die einen gesnackt? Ja, ich hab nur einen. Kann ich den dann auch haben? Ja, wir sitzen hier Cobblestone, was zum Teufel. Du bist sicher Katanamine. Ja, bin ich auch. Und hier ist Cobblestone, der hat trotzdem immer ganz viele Rohstoffe übergelassen. Ja. Das war sicher ich. Idiot. Der sammelt nur Diamanten auf, weil das ist... Diamanten, Gold und Lapis. Oh, das Wichtigste. Ja. Lapis sieht cool aus. Und Smaragde. Ey, Smaragde gibt's eh so viele. Alter, hier ist viel zu laut. Hier ist grad voll viel Zombie-Invasion und so. Ah, wo ist die scheiß Lava dann? Hab ich das jetzt eben eigentlich zu Ende gesagt mit dem, äh, Daisy da? Ja, sagt mal noch, äh, 200 Abonnenten teil. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir haben halt einen Server gefunden, auf den ihr gerne joinen könnt. Wir sind, also wir fünf, wenn alles klappt, äh, können, äh, sind die, äh, Administrationszeugs... Boah, Zombie! Größtenteils von uns auch Nebenadministration. Genau, Nebenadministration, das Wort hat mir gefehlt. Und wir werden halt dann auch mit euch zusammenspielen und wir können dann halt zusammen Städte bauen und ich mach auch regelmäßig Specials da mit. Und hier hab ich endlich die ganzen Zombies gefunden. Das haben wir gehört, 24 Stunden... Ja, Livestream ist natürlich auch dabei. Ja, 24 Stunden Livestream täglich. Ja. Also 24, 7, 365. Natürlich. Genau, 24, 7, 365. Ah, Fail! Ah, weh, weh, haha, Opfer. Ja, ich hab Gold gefunden. Na, Lorenz, die E. Du, ich hab ja auch ne Kampas, halbzeit. Ja, klar! Ja, ne, bei... Wart. Okay, Gordon, du hast jetzt noch vier Tage Zeit. Oder um was zu machen? Um ne Kamp-Hubseite zu machen. Ach, scheiße. Nein, bloß nicht! Sowieso AT. Ja, eben. Mach halt dein Maul. War das... das schöne Spawnhaus, ey. Wie geil das mittlerweile aussieht, ey. Das ist so zerzogen von Kratzern und Explosionen. Ja, das... das Schild... das Schild, wer mal da geschlafen hat, hängt da noch. Echt? Ja, aber nur von mir. Oh, da würd ich mir langsam Gedanken machen. Ja, das ist jetzt mein Forever Alone House. Forever Alone House. Mit eingerissenen Wänden und allem. Dann stell ich mich da mal so rein und mach gar nichts. Die Leute, hier sind schon wieder Fackeln, ne? Na, das macht er dann. Alter! Könntest du das... Oh, mein Haus brennt. Wie mein Haus brennt. Welches Haus? Ich hab viele. Lagerhaus. Wieso brennt denn das? Weiß ich nicht. Weil es hier jemand bestimmt, dass anscheinend angezündet hat, Fragezeichen. Ich nicht. Oh Gott, meine Rüstung. Wow, Fledermaus! Da ist es. Ich schau jetzt mal den größten Wattwitz raus, wenn es gibt, okay? Nein. Den größten... Ohne Spaß, ohne Spaß, das... Okay, die Abonnenten werden zum Glück nicht drauf kommen, aber ohne Spaß, das machst du bitte nicht nochmal, okay? Weil... Ich hab ne Karotte gefunden! So von wegen Namen und so. Ja, ich wollte nämlich grad sagen, das ist echt scheiße. Alter, direkt in meine Umgebung ist kein Creeper auch gegangen. Ja, von dem wohl. Von dir? Ja. Nein. Da war auch, glaub ich, von Gordon eher. Okay, ich bin still. Ich kann halt, glaub ich, nur drehen. Wollte eigentlich Lorenz sagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, in... In der... In der Mine. Ich hab ne Mine gefunden und das Strip meine ich jetzt. Oh, Strip mine, du Pussy. Was macht ihr? Äh, wir sind in der richtigen Höhle. Oh, drei Diamanten! Ah! Diamanten, 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 Diamanten. Am dann gerade hier straten wir sie zusammen ab, lol. Ich habe echt sechs Diamanten. Zwei. Alter, wie egal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich hab auch sechs, wie lustig ist das denn? Wie viel hast du jetzt insgesamt? Ähm, zwölf. Leute, ich hab 11. Voll gut. Ja, echt mal. Wir können uns ja schon bald eine Diamant-Swingung machen. Hier bin ich gerade hergekommen. Kohle. Nee, danke. Irgendwie gibt es hier sogar ziemlich viele Diamanten. Ja, also aktuell haben wir echt Glück. Oh ja. Ach ja, so eine Mining-Session ist ja auch mal schön, ne? Also, liebe Zuschauer. Ja, also ich find, wenn ich sowas halt anschaue, find ich das eigentlich sogar ganz cool. Echt? Interessiert keinen. Ich mein, ich hab Pech, ne? Ich hab halt nur so eine öde Steinspitzhacke und nur für die wertvollen Sachen, nämlich Eisen. Weil ich bin gerade ein paar Mal gestorben und ich hab echt, wie gesagt, nix aufgenommen. Ich hab auch nur eine Diamantspitzhacke. Sogar eine Verzauberte. Ah, ich hab dich ganz in der Ferne gesehen mit deinem Lärm. Haltbarkeit. Und? Nix. Oh, wie geil, ich hab einen Esel. Nicht so verliegen, hab ich noch effizient so. Oh, wie geil, ich hab einen Esel, Hammer. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Esel ist doch mal Hammer geil. Der ist jetzt gezähmt und... Der kann doch Kisten tragen, oder? Ja, jetzt hat der so Kisten. Boah, wie geil, wenn ich da eh drücke, hab ich dann beim Esel nochmal so... Warte mal. 15 Slots. Hammer, da kannst du alles mit TNT voll machen, da kannst du in der Höhle schicken, dann kannst du sagen, Osama bin Laden, meh, und dann pam. Ich glaub, das war jetzt nicht so politisch korrekt, aber okay. Doch, doch. Auf Höhe 20 sind keine Diamanten mehr, was mach ich hier oben? We need to go deeper. Bin ich hier richtig? Ne, ich bin hier auf 20, aber ich hab hier Gold gefunden. Gold, 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 Gold regiert die Welt. Großes Esel. Sprinte. Pikachu. Donnerblitz. Mach mal Gold. Da hat mein Esel, dadadadadadadada. Wenn mir nur noch ein Pferd, dann könnte ich Maultiere züchten. Ach, braucht man immer von einer Rasse dieselben? Oder von einer Gattung, entschuldigung, bevor jetzt wieder hier irgendwelche Idioten kommen. Ja, ohne Träfer im Pferd.